Ich würde gerne wissen, ob viele russische Jugendliche oder russische Studenten ihre Zukunft in Russland sehen. Mir ist aufgefallen, dass in Russland überall Sicherheitsschleusen sind. Also überall sind diese Sicherheitsmänner und Sicherheitsschleusen. Und das fand ich beeindruckend oder auch komisch oder teilweise übertrieben. Und da würde ich euch fragen, wieso oder denkt ihr, dass es sinnvoll ist, dass an jedem Eingang ein Wachmann sitzt? Okay, Russland ist eine Tee-Nation, trinkt aber nur grünen und schwarzen Tee. Wo ist der Kräutertee? Ja, sehr tiefgründig. Ja, sehr tiefgründig. Untertitelung des ZDF, 2020